Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Bitte schließt euch an! Bitte schließt euch an! 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 Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Wir haben alle Kinder! Vielleicht werden sie geben! Die überlegen sie überhaupt nicht was sie tun! Wir sind nicht gewaltbereit! Wir wollen unser Grundrecht einfordern! Versammlungssfreiheit! Und Versammlungssfreiheit! Und von der Freiheit! Eine Sorge noch atmen zu dürfen! Nicht weiter! Also lasst uns durch! 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 Meine Herren und Herren! Freie Polizei! Für euch gibt es einmalige Gelegenheit in der Geschichte von Deutschland Helde zu werden! Nicht Häufige! Helde! Wir können euch an! Schließt euch an! Helden! Die mit Tränengaben und Dachbeweidung ins Oma und Oma vorgehen! Schilder! Schilder! Oder habt ihr irgendwer in den Gästen? Schilder! 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 Dann werden wir mal die Positionen im Dachbespatz! So Heinrich! 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 Ja! Wie immer, Leipzig hier! Das ist doch Argen! Gell! Das ist doch Argen! Gell! Und Gell! Und Gell! Und Gell! Meidet doch, dass die ganze Polizei entsteht! Ihr sagt, ihr fängt es so leicht! Aber ihr müsst! Ihr müsst endlich an euch selber denken! Ihr habt keine Demonstrationspflicht! Bevor ihr habt eine Demonstrationspflicht! Ihr schützt nicht nur! Ihr müsst! Ihr müsst euch an! Ihr müsst euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Fließt euch ein! Fließt euch ein! Fließt euch ein! Es ist ein bereites Schande, was dir den Rekt und den Ehrenamt anruht. Aber bei allen Stärkern, wovon kommen, das ist einfach noch niederlich! Wir sind Christen, wir sind eine Familie, die Familie Mensch, lasst uns damit aufhören. Wir sind keine Freiträder, keine Ruhigen, keine Arten. Wir sind einfach, nur noch ein Ruhigsungsamt. Warum geht jetzt hier nicht mehr? Wir erretten den Nordplatz nicht mehr. Wir kamen das schon durch in Leibniz, das kennen wir hier schon. Zur Not gehen wir hier in den Laden. Widerstand! 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 Am schlimmsten war ich die Antifa-Dreckfresse vorhin. Da hast du gedacht, ich bin doch eine Spinne. So, jetzt sind viele unter uns gewesen. Wir haben eine Spinne. Wir wissen, wo die trinken, weil der andere steht da nicht.